Ich bin's Leo und Leute, wir werden heute Slendrina spielen. Leute, für mehr Horrorgames gibt es einen fetten Daumen nach oben, einen Abonnentenkanal, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann will ich sagen, let's go. Okay, Leute, let's go. Okay, play. Das werden wir machen. Easy. Oder hart. Komm, ich mach jetzt einfach mal auf Anbringer. Äh, easy. Leute. Boah. Okay. Wir sind verschiedene Türen. Okay, Leute. Jesus. Shit, das fängt ja extrem gut an. Boah, meine Gute. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Leute, schreibt jetzt außerdem, wie immer, Horrorgames in die Kommentare. Oh, hier sind Schlüssel. Ich hab Schiss. Ich hab Angst. Leute. Hallo? Irgendwo? Hier kommt das gleich safe in Jungs, gell. Safe. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah! 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 Schöp. Schöp. Sackgasse. Man! Junge! Ah! Shit! Gott! Oh, hier ist ein Schlüssel. Jumpscare 100. Noch ein Buch? Ich will mich nicht umdrehen. Ah! Leute, 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 Leute! Ah! Soll ich die Leute schreiben? Oh! Schlüssel! Ey, jetzt kommt doch gleich safe noch ein Jumpscare! Mann! Ah! Ah! Oh mein Gott! Tschüss, chill! Ich bin hier grad schon am schwitzen, Leute! Ich muss gut achten auf Schlüssel. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, Leute. Irgendeinem ganzen Jumpscares hier. Ey, lass mich hier durch. FBI, open the door. Soll ich schlagen, da oder da? Nee, hier ist sie. Wo ist sie denn? Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Wo bin ich denn jetzt hier? Boah, ich spiel hier nicht mehr. Ey, Leute. Boah, Jesus, Mann. Ah, da oben steht, wie viele Bücher ich brauche, ich brauche acht Bücher. Ich hab jetzt schon safe bestimmt so viele Bücher übersehen. Was soll das denn jetzt? Ich komme jetzt gleich. Ich komme jetzt gleich. Bitte nicht. Leute. Ich renne jetzt einfach durch. Ich renne jetzt einfach durch. Hardcore. Komm. Ich renne jetzt einfach durch. Ich bin jetzt hergekommen. Ich glaube, von hier bin ich gekommen, oder? Hä? Oh, shit. Neuer Raum. Hä? Hier war ich doch, oder? Ey, shit, Mann. Von wo komm ich denn jetzt? Oh, oh. Oh. Ich hab Angst. Hä? Hier sind Türen geöffnet. Oh mein Gott. Ah. Welche Tür soll ich jetzt nehmen? Wir nehmen jetzt mal die hier. Oh, shit. Leute, Batterie ist leer. Ich muss laden. Laden Handy. Handy laden. Ich hab Angst. Hä? Mehr sind nichts? Ey, umsonst hier Schlüsse verbraucht, oder was? Oh, ich brauche noch drei Bücher. Oh, ich brauche noch drei Bücher. Ich will da nicht hin. Aber soll ich hier auch hin? Ich will nicht. Woah. Shit. Ey. Ich hab doch Schlüssel gehabt. Oh nein. Boah, wird's immer schwerer. Oh, da ist Schlüssel. Boah. Ich will mich jetzt nicht umdrehen. Zum Glück kein Jumpscare. Boah. 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 Boah, Mann. Junge Leute. Und noch ein Buch fehlt. Ich will nicht. Oh, das kann ich ja zum Ausgang wieder, oder? Boah. 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 Ah, kann ich jetzt gehen? Oh, ich kann gehen! Hi! Was? Das was? Oh, mein Gott! Ja Leute, dann würde ich sagen, gibt es mal einen fetten Namen da oben für mehr Horrorgames und ähm... Ja... Schreibt jetzt mal weitere Horrorgames in die Kommentare und dann würde ich sagen, schätze die nächsten Folge ein, bis zum nächsten Video. Peace!